Ihnen wunderschöne guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Dienstag und wieder ein wunderschöner Tag, der mir versprochen wird auf der Wetter-App. Die Hunde sind gefüttert, wie man hinten erkennen kann, war ich schon ordentlich in Arbeit. Ich habe auch schon eine Waschmaschine voll, die ist auch gleich fertig. Es müsste so viertel nach acht sein, noch relativ früh heute. Ehrlich gesagt wollte ich so früh auch gar nicht raus aus dem Tag. Morgen ist es kalt, das kann man leider nicht anders sagen. Ich friere auch an den Beinen gar. Ich ziehe morgens immer noch den Pyjama an, manchmal auch am Tag, je nachdem. Ich wechsle ja an Dauer und die Pyjamas ziehst du schnell an und sind schnell gewaschen. Hunde, liebe Baba, da sind die beiden Schlinge schon satt gegessen. Die Köpfe sind jetzt so groß, dass sie kaum zusammen in den Topf da passen beim Fressen. Jetzt muss ich mal umdenken und mal gucken, dass ich die jetzt getrennt fütter. Ich brauche also noch mal so ein paar Schüsseln. Hätte ich sowieso ganz gern noch für Wasser und so, dass ich das noch mal an mehrere Stellen hier hinstellen kann. Ich schleppe jetzt immer das Wasser hin und her. Genau, habe ich natürlich auch alles wieder ausgetauscht, wie jeden Morgen. Und die Hunde sind glücklich und zufrieden. Die sind heute Morgen schon ordentlich im Gange gewesen, waren schon da hinten am Zaun. Deswegen bin ich überhaupt aufgestanden. Ich habe das gesehen in der Kamera. Die haben nämlich gebellt und dann haben die da die Leute angebellt und wollten dahin an den Zaun und wollten den runterreißen. Also ich habe mir ja mal überlegt, ob ich nicht da hinten versuche, die ganze Erde wegzunehmen. Das habe ich schon mal versucht mit mäßigem Erfolg, weil ich glaube, dass da drunter Steine liegen. Das mutet auch an, weil ja hier der Rand auch so felsig gestaltet ist. Also ich vermute ganz stark, dass da drunter gar keine Erde liegt, sondern Stein. Und ich kriege das natürlich im Leben nicht auseinander. Weil wenn ich den ganzen Hügel wegnehmen würde, dann hätte ich ja auch die Gefahrquelle da verbannt. Und ich hätte auch gern diese Algarve da weg. Mal sehen, vielleicht kann man die so von unten absägen. Ich habe keine Ahnung, aber das ist alles richtig schwere Arbeit, die ich jetzt immer mit meiner Hand gar nicht so machen kann. Also da werden wir noch ein paar Tage warten müssen und den werde ich mal antesten. Denn das würde sich ja auch anbieten, dass man da dann so einen Garten macht, neben dem Pool vielleicht. Also ich weiß nicht. Also zumindest, ich hätte ja gerne so einen Gartenbereich. Obwohl das mit den Hunden, ich habe keine Ahnung, hat das Zweck. Man weiß es nicht. Muss man halt alles einzäunen dann. Naja, also so sieht es aus. Bonschuks Hals sieht irgendwie jetzt eng aus. Das war ja noch vor zwei Tagen richtig hoch, war aber noch vor zwei Tagen richtig eng, äh, äh, richtig Bordel, richtig weit. Naja, ähm, die jedenfalls waren heute Morgen am Bellen und, äh, keine Ahnung warum. Heute ist Bazar. Das ist unser Probetag für eine längere Tour, die ich jetzt weg sein werde. So zwei Stunden wieder. Mal gucken, wie ihr das macht, ihr beiden Schlingel. So. Jetzt müssen sie mal Kaka, glaube ich. Die gehen, oder die haben schon, man weiß es nicht. Oh mein Gott. Ja, die Teppiche, die sehen auch alles andere als gesund aus. Ähm, das, äh, muss man so schlussfolgern. Von dem Ding will ich noch einen holen, aber das werde ich alles getrennt machen. Ich glaube auch, ich habe gar nicht genug Geld. Das müsste ich mal ausbaldobern. Also, also nach meiner Rechnung müssten das vielleicht nur 300 TL sein oder so. 400 mehr werden es nicht sein. Reicht für den Bazar natürlich, aber, ja. Wechsel mache ich aber heute nicht, weil wir haben Dienstags-Bazar und der ist auf der ganz anderen Ecke als die Wechselstube. Also, und ich könnte natürlich hier beim, ähm, Kiosk wechseln, aber ich habe so die Vermutung, dass die jetzt wirklich ungünstig wechseln. Ne, ich hatte, ich habe den Kurs nicht verfolgt, immer an dem Tag, wo wir da wechseln, aber ich glaube, die wechseln jetzt ungünstiger. Ja, früher haben wir ja immer, da war immer so ein alter Mann, der hat immer richtig gut gewechselt, aber jetzt, glaube ich, ähm, wechseln die ungünstiger als die Wechselstube. Deswegen, die habe ich schon ein paar Mal im Verdacht jetzt hier gehabt, ohne, äh, das, äh, jetzt aber beweisen zu können. Also, äh, kann auch sein, dass ich, aber es ist so eine Vermutung halt und deswegen, ähm, bin, bin, bin da lieber in der Wechselstube unterwegs. So, müssen wir mal gucken. Äh, wir haben ja aber auch festgestellt, dass hier in Mahmud-Lah der Wechselkurs schlechter ist als in Alanya. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Deswegen, aber nach Alanya komme ich ja nun nicht. Wo sind die Hunde jetzt wieder hin? Einmal um die Ecke rum wahrscheinlich. Oh, ich habe ja immer Schiss, ne? Das sieht doch irgendwo was zum Ausbüchsen finden. Hör auf, hör auf, hör auf. Du hast alles getan, mehr kann ich nicht machen. Ähm, und was passieren soll, passiert sowieso. Ne? Oder nicht? Also, ich kann ja nur versuchen, alles zu tun. Na, warum mache ich mir Sorgen? Ich, es gibt ja nichts, was ich nur machen kann. So. Jetzt muss ich hier erstmal klar Schiss machen und ich habe die ganzen Knochen vom Fleisch gelöst oder das Fleisch von den Knochen. Das räume ich jetzt hier mal alles weg. Brot haben sie auch ein bisschen bekommen in die Nahrung, weil ich nicht mehr so viel Reis habe. Deswegen habe ich ein bisschen Brot mit reingemacht, Reis, ähm, Nudeln, so ein bisschen, ähm, ich habe Julafe reingemacht, Haferflocken reingemacht, ich habe ganz viel Futter, das habe ich auch wieder aufgefüllt, weil es dann alle war, äh, Weltenfupper. Und nun, Joghurt habe ich mit reingemacht, ein bisschen Öl und nun, ähm, reicht es erstmal. So ein Riesentropf, ne? Ich habe mich aufgegessen, mal schauen wir mal. Naja, jetzt werde ich, wie gesagt, meine Sachen trinken, frühstücken. Ich weiß, oben ist mir auf jeden Fall noch zu kalt, also oben gehe ich nicht hin. Das heißt, ich setze mich hier vom Fernseher. Oh Leute, ich habe die ganze Nacht keinen Strom gehabt. Die ganze Nacht, das ging, glaube ich, gestern um zwölf ging der Strom weg, gestern Nacht. Und eigentlich waren meine Videos gerade hochgeladen und wumms, war der Strom weg. Das habe ich gehört, weil der Generator von dem Nachbargebäude angeht und das so wahnsinnig laut ist. Ich habe gedacht, was ist das denn? Ist das der Wind oder was? Aber nee, das war der Generator, der Stromgenerator von der Anlage. Und die ganze Nacht, ne, bis heute Morgen um 6.30 Uhr, 6.35 Uhr ist der Strom wieder angegangen. Also die ganze Nacht hatte ich keinen Strom. Ist nicht schlimm, Hauptsache nachts, ne? Nachts ist natürlich schlimm, tagsüber wäre doof. Das haben die sich wahrscheinlich auch gedacht. Ich denke mal, die haben irgendwie Reparaturarbeiten gemacht, weil das ist schon echt lange gewesen. Und es war ja auch kein Sturm und so, kein Regen, nix. Ja, hey, wo seid ihr denn? Was bett ihr denn? Wo seid ihr denn? Das fühlt sich so weit an. Ah, die sind auf dem Sessel drauf. Deswegen, bett sie will da auch rauf, sie kommt nicht rauf oder darf nicht rauf, wie auch immer. Deswegen gibt es da jetzt Streiterei. Auf dem Stuhl. Ich habe den Hafer dann wieder reingemacht. You love Smasse. Wieso seid ihr so verschwommen? Manchmal ist das so verschwommen, oder meine Augen sind verschwommen, ich habe keine Ahnung. Also, ich stehe mal wieder reingemacht. Leute, die waren schon wieder an dem Gitter da. Ich musste sie wegjagen, ne? Auf End. Alles. Jetzt habe ich nochmal hier so einen Deckel. Aber ich habe keinen Bock, das abzutrocknen. So. Aber der... Da ist mal Kaffee drin. Egal. So, Hundesachen. Das kann weg. Und als erstes werde ich jetzt Wäsche aufhängen, weil ich eigentlich auch noch ein paar Jäckchen wieder hineingeben würde, dass die auch nochmal waschen. Das ist jetzt aber nicht so dringend. Kochwäsche wäre dringend, ja. Ja. Und ich brauche dann auch noch eine Wolldecke von oben. Was bummerkt denn hier rum, Leute? Da hinten sind die wieder in der Kampfbuchse. Genau. Also, ich habe jetzt nochmal alles hier gewaschen. Wieder alles, was ich so in den letzten Tagen angezogen habe. Mein Kissen habe ich auch gewaschen. Das hänge ich nämlich dann jetzt auf, damit das trocknet bis heute Abend. Das ist ja noch richtig früh und kalt oben. Das trocknet schon, inschallah. Ich noch nicht. Uh, wieso macht ihr denn Licht an? Sag mal. Ich habe aber abgewaschen. Und wir werden dann jetzt... Die Wunder kloppen sich dann wieder. Oh, ne, ne. Ich werde jetzt das mal nach oben tragen und da waschen. Aber wieso habe ich denn Taschenlampe an? Jetzt so dunkel ist es doch gar nicht mehr. Ich muss sicher, wenn mein Finger draufgekommen sind. Und dann werde ich frühstücken. Ein bisschen vor dem Fernseher, weil ich denke, das ist hier noch zu kalt. Und meine ganzen Wäscheklammern, ne, die ich hier alle Schrott gemacht habe. Aber die Vögel kacken hier nicht mehr, ein Glück. Jedenfalls nicht mehr. So wie früher. Ab und zu nochmal. Ich zeige euch gleich nochmal einen Ausblick. Und dann... Ich zeige euch gleich mal. Ich zeige euch gleich mal. Vielen Dank. 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 Und... Vielen Dank. Und... Und... Ich... 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 Ja... Ich... 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 Und... Ich... 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 nicht... Ich... ест... nicht... so gut... das ganze sehen... weil irgendjemand... unboxing... nicht so gut... das ist zu verschwommen bei mir, ja... oder ich... Ich muss meine Brille aufsetzen. Wahrscheinlich wird es da anliegen, dass ich wieder meine Brille nie aussitze, aber das kann ich für mich auch keinen Bock haben. Wird schon alles gut gehen. Wie gesagt, wenn es sein soll, dann passiert sowieso. Nein, passiert nicht. Ich bin gleich unten. Ich bin jetzt an der Baustelle.